So stelle ich mir mein Leben in 10 Jahren vor. In 10 Jahren bin ich einfach schon 33. Ciao. Vielleicht habe ich dann auch schon ein Kind. Aber was ich auf jeden Fall habe, ist dann ein Hundi. Denn ich brauche Hundis. Guys, ich vermisse so sehr Petschi. Auf jeden Fall denke ich, habe ich dann ein großes Haus mit ganz viel Natur um mich rum. Vielleicht ein Pastelgrün oder Rosa. Wie mein Job aussieht, I don't know. Wie Social Media dann vielleicht läuft, mache ich das dann noch? Keine Ahnung. Denn bis jetzt habe ich noch nicht mal jemanden gefunden, mit dem ich überhaupt mein ganzes Leben verbringen möchte. Okay, es dauert noch. Sagt mir gerne, wie ihr euch euer Leben in 10 Jahren vorstellt. Schreibt es in die Kommentare.